Musik Wir machen den Forschungsnewsletter, wir nennen das hier den zweiten Newsletter-Day, wissen Sie, wir haben Befragungen gemacht, wir machen ja ungefähr alle drei bis vier Monate, geben wir einen solchen Newsletter heraus, wo wir 20 bis 25 internationale Studien, jeweils auf eine Seite herunterbrechen, um Ihnen mitzuteilen, um was geht es, was macht denn die Wissenschaft da gerade, gibt es Erkenntnisse, die Sie gebrauchen können, viele der Erkenntnisse, die wir in der Wissenschaft generieren, können Sie auch in der Tat nicht gebrauchen, selbst wenn wir die im Newsletter herunterbrechen würden, aber es gibt eben halt gerade im Bereich der Versorgungsforschung, und um die kümmern wir uns ganz besonders, so wie an dieser Universität überhaupt der Bereich der Versorgungsforschung ein Schwerpunkt ist, dass wir versuchen, diese Dinge Ihnen mitzuteilen, das machen wir über den Forschungsnewsletter, wir machen solche Dialogveranstaltungen wie diese, wir halten viel, viel Vorträge nicht nur innerhalb der Landesinitiative Demenz, weil bei Demenz-Servicezentren und anderen, sondern halt auch auf Kongressen, Tagungen und so weiter. Wir arbeiten mit bei Qualifizierungsmaßnahmen, wir erstellen Arbeitspapiere, also wie ist der Wissenstand zu Gewalt in der Pflege, zu Angehörigenversorgung und, 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 all diese Dinge, und die können Sie auch allesamt umsonst auf unserer Homepage, schon auf unserem Internet auftreten, zu denen ich gleich noch etwas sage, herunterladen. Also das kostet für Sie keine zusätzlichen Kosten, sondern die stellen wir Ihnen bereit, diese Dinge. Oasen-Evaluation hat Herr Lessmann auch schon etwas zugesagt, wir haben etwas zur Landesinitiative Demenz, habe ich gesagt, also zur Evaluation. Wir haben uns um Menschen mit Demenz und Behinderung in einem Schwerpunkt gekümmert, wir haben uns um die Tag-Nacht-Umkehr bei Demenzkranken gekümmert, also ganz, ganz viele Bereiche. Wie gesagt, das Dialogzentrum gibt es ja schon seit neun Jahren. Und wir machen Gremienarbeit, die steht hier nicht umsonst zum Schluss, das liegt einfach an der überbordenden Spannung solcher Arbeiten. Also wir sitzen in Gremien, wir sitzen in Beiräten, wenn es um irgendwelche besonderen Themen im Bereich der Mensch ist. Das ist manchmal sehr spannend, aber nicht immer, aber das kennen viele von Ihnen auch. Frisst aber häufig viel Zeit. Das Ziel, was wir haben, ist ein Dialog auf Augenhöhe zwischen Forschung und Praxis, denn viele Praktiker wissen, also viele Forschende beforschen Dinge, die die Praxis nicht braucht. Ich sage das einfach für diesen Bereich. Es ist einfach, weil die nicht vorher die Praktiker fragen, zu welchen Themen braucht die denn Dinge. Darum machen wir solche Veranstaltungen unter anderem wie diese, wo Sie sich sozusagen die Wissenschaftler, wir haben ja alle ihren Namen, schnappen Sie sich die, die nicht Wissenschaftler sind, gehen Sie auf die Wissenschaftler zu, sprechen Sie mit denen, löchern Sie die und erzählen Sie denen doch mal, was Sie denn endlich mal beforschen sollen, damit Ihre Praxis besser wird. Und Sie als Wissenschaftler, gehen Sie auf die Praktiker zu und hören Sie zu und hören Sie mal hin, wo die Leute wirklich ihren Bedarf haben, wo sie Hilfe brauchen und erklären Sie Ihre Arbeit. Erklären Sie Ihre Arbeit, denn Wissenschaft ist eben nicht nur für Wissenschaftler. Der Newsletter, seit 2006, also aktuell jedes Jahr zwei bis drei Forschungsnewsletter geben wir raus, in denen wir jeweils um die 20 Studien präsentieren. Mittlerweile über 1000 Abonnenten, und zwar international, der Großteil allerdings in Deutschland. Das ist uns auch am wichtigsten, aber halt Schweiz, Österreich, also deutschsprachiges Ausland. Insgesamt sind 16, oh, das ist noch ein Alter, ich glaube 17 Newsletter erschienen, und es sind ungefähr 350 besprochene Studien. Ja, also 350 Studien nur im Bereich der Versorgung Demenzerkrankter haben wir dort besprochen. Und Sie finden natürlich am Ende dieser Studie natürlich immer die Originalquellen, weil diese einseitige Zusammenfassung natürlich nicht ersetzt, das Original zu lesen, wenn man dann genau wissen will, wie Dinge stattgefunden haben. So, ein weiterer Schwerpunkt, auch im Auftrag des Landesministeriums und der Pflegekassen, ist natürlich der Wissenstransfer 2.0. Wie viele von Ihnen mitbekommen haben, bemühen wir derzeit eine ganze Menge, wir haben einen neuen Internetauftritt, wir bemühen die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, das wurde sehr argwöhnisch auch betrachtet von einigen, bei solchen Sachen macht man ja nicht mit, wir schon. Also wir machen das und wir haben damit einfach, ich glaube auch, dass so viele Menschen heute hier sind und dass so schnell diese Veranstaltung ausverkauft war, hat auch etwas damit zu tun. Und wir sind sogar so dreist und haben sowas wie einen YouTube-Kanal. Obwohl ich weiß, dass auf YouTube auch andere Sachen sind, aber die gibt es auch auf Facebook und es gibt auch andere Internetseiten. Ja, also wenn meine Tochter zum Beispiel, die sich häufig auf YouTube aufhält, ich war jetzt gerade auf einem Konzert von einer YouTube-Band, White Titi heißt die, ich weiß nicht, einige von Ihnen werden das vielleicht kennen, die haben 2,8 Millionen Abonnenten auf YouTube. Da kommen wir noch nicht ganz dran an diese Gruppen, aber es ist tatsächlich so, dass wir zum Beispiel Videos des heutigen Tages von Vorträgen, dass wir noch andere weitere Dinge, die ich Ihnen gleich erzähle, einfach diese Plattform nutzen, um auch dort Wissen sozusagen an Menschen zu transferieren. Natürlich ist das ja alles mit Vorsicht auch zu genießen, das ist gar keine Frage und muss kontrolliert werden. So, Präsentationen, Vorträge finden Sie da und wir haben neu entwickelt, wir haben ein E-Book erstellt, wo man sozusagen Alzheimer mit dem Spürsinn von Sherlock Hobens, haben wir das genannt, also nicht ein E-Book, ein Hörbuch, Entschuldigung, ein Hörbuch gemacht, wo jemand versucht sozusagen die Diagnose rauszukriegen, haben wir ein Hörbuch produziert. Wir machen Diskussionsformen, es wird jetzt ein E-Book zum Selbstmanagement von Pflegenden und anderen erscheinen und wir haben das, einige von Ihnen das kennen, das Demenzei des Monats gegründet. Ja, also merkwürdiger Tief, aber ich sehe es schon am Nicken, einige kennen es. Jeden Monat gibt es ein Video, bislang mit mir, ja, also es ist, mein Gott, kann passieren, also es gibt ein Video, in dem ich fünf oder zehn Minuten über ein bestimmtes Thema, das erste Thema war die Frühdiagnostik und das zweite Thema war der Umgang mit wahren Halluzinationen bei Menschen mit Demenz. Und ich erzähle Ihnen zehn Minuten was dazu und erzähle Ihnen in diesem Video, wie die verschiedenen Perspektiven darauf sind und fordere Sie zur Diskussion heraus. Und genau das tun Sie ja auch, Sie schreiben uns zurück und wir kriegen Ihre Antworten, wir erfahren etwas aus Ihrer Praxis und dieses Demenzei, das Gute ist, das wird auch, wenn Sie das eingeben bei Google, wird das ziemlich weit oben gelistet, denn so viele Demenzeier gab es noch nicht, dass auch andere sowas angeboten haben. Das heißt, auf diese Art und Weise versuchen wir einfach auch, Wissen zu transferieren, aber auch in einer anderen Art und Weise. Ja, und wir haben zum Beispiel das Tagebuch der Katja Hörter. Katja Hörter hat ihre Mutter gepflegt und zwei Jahre später, nach dem Tode ihrer Mutter, haben wir sozusagen ihre Tagebucheinträge, die ja jetzt auch noch auf unserem Blog, auf unserer Homepage erscheinen. Jeden Tag kommt der Tagebucheintrag von Katja Hörter, den Sie vor zwei Jahren zu ihrer Mutter geschrieben haben. Und Sie können, und sie ist sehr, sehr ehrlich sich selbst gegenüber, sehr ehrlich der Pflege ihrer Mutter gegenüber. Und genau das regt Sie wiederum dazu an, auf unserem Blog oder auf Facebook oder auf Twitter genau über diese Dinge zu diskutieren, die Katja Hörter dort anspricht, die vor kurzem zum Beispiel ihre Mutter in diesem Tagebuch in ein Krankenhaus gebracht hat und dort ihre Erfahrungen schildert. Und wo dann viele sich meldeten, eben halt auch pflegende Angehörige, nicht nur Wissenschaftler, nicht nur professionell pflegende, sondern die sich dann dazu äußern, wie es ihnen ergangen ist. Das ganz kurz zum Dialogzentrum. Also ich bitte Sie, einfach mal die Seiten zu besuchen und sich das anzugucken. Da passiert wirklich eine Menge und wir sind da eigentlich auch recht stolz drauf. Ich darf das einfach mal so sagen, wir haben da sogar einen Preis für gewonnen. Ja, also wir klopfen uns jetzt gerade mal selbst auf die Schulter. Den Pflegepreis des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe haben wir. Für genau dieses Konzept des Wissens-Transfer 2.0, was über das Ministerium und über die Pflegekassen NRW gefördert wird. Also diese Dinge, die wir dort machen können, werden derzeit dadurch ermöglicht, dass die Ministerien, das Politik und Pflegekassen darin Geld investieren. Um wen es geht? Bin ich zu schnell? Ja, natürlich. Das können Sie alles von uns bekommen. Und es müssten eigentlich draußen auch Zettel mit diesen ganzen Adressen, hatten wir eigentlich irgendwo überall aufgehängt. Oder sollten überall hängen. Hängen. Sie hängen. Aber ansonsten können Sie diese Folien auch von uns bekommen und das alles. So, um wen geht es? Ich will Ihnen einfach nur mal, es geht um Gefühle. Gefühle lesen haben Menschen mit Demenz. Gefühle, wenn ja, wir drücken die sie aus. Richard Taylor, Alzheimer-Aktivist, selbst Alzheimer-Erkrankt, sagt, wir sind verwirrt. Wir missverstehen andere. Wir vergessen, aber manchmal sind wir Wissen. Es braucht nur diesen einen Moment des Wissens, um das klare Gefühl entstehen zu lassen, von anderen Menschen belogen zu werden. William Jutamolen hat sich beim ersten Newsletter-Day auch gezeigt, möchte ich einfach trotzdem nochmal zeigen zum Thema Gefühle. Jutamolen, niederländischer, stämmiger Maler, hat in New York gelebt, hat Selbstbildnisse gemacht und hat dann nach seiner Alzheimer-Erkrankung noch weiter gemalt. Nach seiner Diagnose, das ist das erste Bild, was er gemalt hat, nach seiner Diagnose von sich. Und das immer vor dem Hintergrund Gefühle, Gefühle lesen, ja. Gleich ein Jahr, ein Jahr später. Ich würde sagen, die erste Frage ist sicherlich schon beantwortet, ob Menschen mit Demenz Gefühle haben. Und die Frage ist, wie man sie liest, ja. Noch ein Jahr später. Und das ist das letzte Bild, das er gemalt hat. Gedanken im Vorfeld. Was sind Leitsymptome der Demenz? Wenn Sie Bücher lesen, lesen Sie immer, die Gedächtnisstörung ist das Leitsymptom der Demenz. Nicht wenige, dazu gehöre ich auch, glauben, dass das Leitsymptom der Demenz Angst ist. Angst aus dem ständigen Erleben von Fremdheit in der Demenz. Also insofern könnte man sagen, das Kardinalsymptom der Demenz, das finden Sie aber in keinem Buch, ist vielleicht nicht nur die Gedächtnisstörung, sondern zum Beispiel Angst, also ganz bestimmte Gefühle und Emotionen. Was ist, wenn Sprache nicht mehr verstanden wird? Gefühle und Verhalten sind das vielleicht Ausdruck, ist das der Ausdruck von Wünschen, wenn man sich mit Sprache nicht mehr äußern kann? Und fühlen Menschen mit Demenz genauso wie Menschen ohne Demenz? All davon erhoffen wir uns nicht nur für den heutigen Tag vielleicht ein paar Antworten, aber vielleicht bleiben auch viele, viele offene Fragen. Ich finde, wir haben ein tolles Programm zusammengestellt. Wir fangen gleich an mit Frau Professor Piefke, die sozusagen zu Demenz und Emotionen aus neurobiologischer Perspektive etwas sagen wird, obwohl ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Eine nur neurobiologische Perspektive gibt es sicherlich nicht, genauso wie es keine rein pflegerische Perspektive gibt. Insofern finde ich es besonders wichtig, auch an so einem Tag wie heute, dass die Disziplinen endlich zusammenkommen, die zusammengehören. Reine Veranstaltungen zu dem Thema, nur aus der Pflege oder Pflegewissenschaft. Wir haben Clowns da, wir haben Mediziner da, wir haben Psychologen da, Neuropsychologen, und wir haben Pflegende und Pflegewissenschaftler da. Und ich glaube, dass diese Probleme, die wir haben, sowieso nur multidisziplinär zu lösen sind. Anders geht es sowieso nicht. Herr Feig kommt dann. Clown, Journalist, Dozent. In welcher Reihenfolge ist egal, Herr Feig? Wie ich will. Okay, dann sage ich Clown, Journalist, Dozent. Wir haben Herrn Stuhlmann da, ein gern gesehener und häufiger Gast bei uns, Arzt für Psychiatrie und Neurologie, der etwas über Bindung, über Demenz und Bindung, die Bedeutung sagen wird. Wir haben Frau Berda zum Projekt Demian, also wie ich positive Gefühle, Emotionen befördern kann bei Demenzerkrankten. Und wir haben dann zwei Kollegen aus dem Dialogzentrum, Christian Müller-Hergel und Markus Klug, die sozusagen einen pflegerischen Dialog machen werden, und zwar über die Gratwanderung von Nähe und Distanz. So, jetzt zum Schluss habe ich natürlich sozusagen nach bedeutenden Persönlichkeiten gesucht, die etwas über Gefühle und Emotionen sagen können. Da haben wir den ersten, nicht Worte sollen wir lesen, sondern den Menschen, den wir hinter den Worten fühlen. Samuel Butler. Ja, kann ich schon sagen, glaube ich auch. Aber was hat das für uns zu bedeuten? Also habe ich weitergeguckt. Bei Woody Allen. Das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. In meinem Fall verkehren Sie noch nicht einmal auf freundschaftlicher Basis. Und zum Schluss einer der bedeutendsten Philosophen unseres Jahrtausends. Andi Möller. Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Das zu Emotionen und Gefühle. Da uns das offenbar doch nicht so weiterbringt, wie uns das weiterbringen sollte, wollen wir jetzt lieber was aus berufenerem Munde hören. Und ich bitte jetzt Frau Professor Piefke zu mir, dass sie mit ihrem Vortrag beginnen kann. Vielen Dank und einen tollen Tag wünsche ich Ihnen. Ich begeisteru in Szelscium Jonas Bege Music. Und ich bitte jetzt Frau Piefke zu mir, das ist wir heute noch nicht IN Going. Bye. Ich bin wirklich, bist du seitseener Klichkeit da.